jo hallo und herzlich willkommen zu einem zu meinen advent wie advent videos ich habe es leider erst auf dem fünften tag geschafft ja ja aber wenigstens kommen sie noch jetzt kommt jeden tag ein video mit einer challenge es geht immer etwa fünf minuten und wir spielen auf dem meinplexer und heute spielen wir ab mit den super secret settings ich glaube wir nehmen mal m die künftig aus wir spielen Steak wir nehmen doch einen Super Secret Setting ja wir nehmen den der zwie ziemlich great thing aus Oh, ne. Oh, ne. Mensch, Leim. Meiner, und der ist draussen. Scheiße! Ich glaube wir machen nachher noch eine Runde. Mit diesem crazy Dings her. So, ist toller. Mit dieser Musik. Und noch zwei. Okay, okay. Der Pinke hat... Hier wohne ich. Hier, hier, hier. Okay, geht's hier nochmal, ich bin nicht mehr, nicht viele auf... Warum mit dieser Einstellung, die ist einfach so... Die Hände. O ne, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die Hände kamen zu schützen. Ich glaube, das war's mit diesem ersten Adventsch-Video nach diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Weil wird man hier einfach nicht weiter. Noch zwei, rot oder pink, wer gewinnt? Ruta gewonnen! Du als und Jermit! Tschüss!